Ich darf bitte noch mal um einen Vorschussapplaus für Colin Benders. Colin Benders, wie gesagt, gestern aus Wiedrich angereist. Und mit ihm, also durch ihn verstärkt, möchten wir ein Stück aufgreifen von einem ganz berückten Frankfurter Musiker, dem Albert Mangelsdorf, der hier auch geübt hat und hier ganz viele Male gespielt hat. Ein Stück, was, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ein Stück aus den späten 50er Jahren, das heißt Dada Marsch. Und ich finde es immer so ganz witzig, in den 50er Jahren war man fasziniert von den 20ern, so wie wir heute vielleicht fasziniert sind von den 50ern. Und irgendwann werden Leute sagen, gut, die Nuller, das war eine irre Zeit, da wäre ich gerne dabei gewesen. Also, genießen wir den Moment, genießen wir die Nuller, den Austeil der Nuller mit einem Stück aus den 50er Jahren, das Leute geschrieben haben, die irgendwie von den 20er Jahren fasziniert waren. Dada Marsch. Dada Marsch. Ja, das ist ein bisschen so. Das war's. 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 Das war's.